Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht OOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Rassierts! AAAAAH AAAAAAAAHH BASCH Leute was geht herzlich willkommen zu einem wunderbaren video mit dabei ist der liebe schmäckerle Ich grüße euch der liebe alpha stein super perfekt, das ist immer wieder der gleiche Witz er antwortet am Anfang nicht und der liebe iCrymax was geht ab, Leute? Warte alles klar ich will gar nicht wissen wer du bist oder warum du hier bist, Leute, wir haben wieder was gesehen im Internet, was wir unbedingt klauen müssen und zwar hat der liebe Muselk einen kleinen Parcours gebaut mit ganz vielen Fallen und ich dachte mir einfach, das wäre ein ziemlich witziger Spielmodus, genau das wäre schön, wenn es das als Schematic gäbe wie bei Minecraft, leider ist das nicht der Fall, deshalb müssen wir das alles erstmal selber bauen, es gibt noch ein paar andere Sachen, die ich gerne mal ausprobieren würde und Leute, ich sag mal so, egal ob geklaut oder nicht, Hauptsache es ist ein Video online und ich verdiene mein Geld, oder? So, in diesem Sinne, meine Freunde, springen wir erstmal alle raus, ich gehe nach Tilted, ihr guckt mal, ob wir woanders irgendwo einen... Ich gehe da unten in die Show retail Gut, Stein, such du bitte auch mal einen Automaten, wir müssen unbedingt Automaten und Lamas handen, denn wir brauchen eine Menge, Menge Fallen, Bouncepads, Jumppads, Stein, ich gehe schon nach Tilted, wir brauchen wie gesagt echt viele Fallen und vor allen Dingen Bouncepads, Jumppads sind gar nicht so wichtig, eigentlich sind Bouncepads und Fallen das Wichtigste, Jungs, Mädels, ich würde sagen, wir bauen jetzt von hier einfach unser Parcours, es geht quasi hier los, ihr jumpt dann erstmal schön nach oben hier, dann müsst ihr dann quasi erstmal hier hochkommen, wollen wir es so machen, dass ich tatsächlich hinter einer Wand stehe und euch dann snipe, also wie bei Death Front Counter Strike, oder wie machen wir es? Ja, du stehst halt hier so und vor uns ist der Parcours und wir laufen halt so seitlich vorbei. So, Leute, ich würde jetzt einmal sagen, wir gehen den Parcours ganz kurz einmal ab, das sieht ein bisschen messy aus, aber ich glaube, wir kriegen das auf jeden Fall trotzdem präsentiert, oder Jungs? Ich würde sagen, hier vorne, quasi am Vorderport geht's los, kommen alle hier hin, ich hoffe mal, mir hat jemand schon ein Jagdgewehr als Exekutionsmeister besorgt. Alphastein, das war ja deine Aufgabe, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast, ich nehme an, schon ganz genau. So, Leute, es geht quasi hier einmal los, wir rennen quasi einmal hier entlängst, dann geht's hier einmal nach oben, über die Reifen quasi hier drauf, dann müssen wir den ersten Sprungwagen, ich stehe hier vorne auf einer Ebene, die Schmock, die ich jetzt eigentlich noch bauen müsste, dann geht's hier einmal rüber, Leute, dann müssten wir hier einmal nach oben laufen, ja, das heißt, die Leute müssen einmal hier hin, wenn man jetzt verkackt, so wie ich gerade, landet man hier unten in der Falle und ist direkt down, wie gesagt, ich schieße die ganze Zeit auf die anderen Probanden drauf, dann geht es einmal nach hier rüber, über den Fallenparcours, man muss hier ganz an der Seite laufen und am besten halt springen, ich weiß gar nicht, ob das so möglich ist, keine Ahnung, ich hoffe mal, das klappt, dann geht es hier um den Hürdenlauf, meine Freunde, wie gesagt, ich schieße die ganze Zeit auf die anderen, oh mein Gott, genau, wenn das nämlich passiert, ist man wahrscheinlich auch schon wieder down, weil unten eine Falle einen wegholt, also es wird auf jeden Fall echt nicht easy, jetzt hier quasi einmal über den Hürdenlauf hin drüber, ihr seht das hier, Leute, zack, 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 oh mein Gott, das ist halt wirklich echt nicht leicht, Alter, Alphastein auf jeden Fall gerade schon down gegangen, nice, dann muss man hier rüber, jetzt kommt nämlich dieser komische Hindernisparcours von Max, Alter, der ist nämlich auch ziemlich, ziemlich asozial, so, und das Ziel ist quasi hier oben dieser Holzkasten, Leute, so, dann geht es hier einmal rum, hier einmal rum, ah, ah, ja, und dann muss man quasi oben noch ein bisschen umherlaufen und dann im Holzkasten landen, ich glaube, so schwer ist das gar nicht zu verstehen, Leute, okay, kommt alle zum Vorderport, Leute, auf geht's mit Deathrun Nummer 1, da jetzt der liebe ICrymax da schon steht, würde ich sagen, ICrymax fängt an, 3, 2, 1, und go! Let's go, let's go, let's go, let's go, oh mein, oh mein Gott, da werden die jetzt ausgeteilt, oh, 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 nein, ich dachte, oh, lauf, 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 oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, Alter, die Freundin sind zu pervers, und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich könnte dich easy umbringen, Digga, ich könnte dich easy umbringen, er chillt kurz, er nimmt sich kurz, sein Schild meint er, ich, Schild kurz, ja, 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 okay, ich bin schon zu ruhig, Alter, ja, komm, los, oh mein Gott, lauf, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, oh mein Gott, er bandagiert sich, ich sehe das da noch ganz genau, Digga, nein, nein, ich habe keine Bandage, ja, lauf doch, oh, komm, weiter geht's, oh mein Gott, Digga, oh mein Gott, fast geschah, nein, Bruder, Bruder, nein, oh, okay, okay, was machst du denn, hör auf, die ganze Zeit zu bandagieren, Alter, ja, in der Luft weckern, Alter, okay, 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 wenn ich weiter so, ein bisschen weg schieße, dann geht das klar, okay, Stein, los, hey, warte, hallo, Digga, das ist so stark mit dem Scopter, ey, wir müssen da alle drei zusammen da oben, ist echt so, ist echt so, dann haben wir eine bessere Chance, ja, das ist geil, ja, das ist zu dritt, okay, ich würde sagen, ich würde sagen, alle an die Startlinien, ich glaube, das mit dem Scopter, ist viel zu krass, aber ist geil, oder Max? ja, mega, okay, okay, drei, zwei, eins, und deathrun, auf geht's, ey, oh, ja, quick, yeah, der Witz, der Witz, oh, 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 Schmocki, die fallen, die fallen, okay, wo ist der Rest von euch? Ich muss Schmocki unbedingt umbringen, der ist am weitesten, nein, 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 komm, ja, 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 das ist richtig asozial hier, das ist richtig krank, nein, oh, wow, ja, wir müssen, glaube ich, echt mit der Sniper machen, das ist zu krass mit der Scopter R, ich kann euch so easy wegholen, und dieser Hindernis, deathrun ist so schon eigentlich recht asozial, okay, wir haben uns gerade dazu entschlossen, Leute, dass wir jetzt erstmal ohne Scopter R spielen, weil das ist dann doch schon ziemlich, 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 ziemlich stark, nächstes Mal machen wir das Ganze ein bisschen strukturierter, gut, grünes Jacki, wer ist es heute, Leute, drei, zwei, eins und go, Schmocki, Auf Aqui, dang, Schmocki, ganz groß, ganz krass, paar geheims Pricks am Start, oh, damn, alter, oh, nein, Das ist so geil. Oh nein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ohohohoho. Drassiert. Okay, wer will das nächste? Dead Aim, Bro. Der war im Kopf. Running Headshot, Alter. Man kennt ihn. Okay, wer ist gerade dran? Alphastein? Okay, Alphastein. 3, 2, 1 und du darfst. Los geht's. Ich hoffe, Alphastein stimmt an der Falle. Ich auch. Jungen, was machst du da, Alphastein? Hotel meistens. Aaaaaa görev. Aaaaaaaa yogi. Ohohohohoho Auf geht's! Okay, Alcrymex Die Headshots werden gegeben Jungs Okay, Max, auf geht's. �. Oho. Er darf nicht, er darf nicht er darf nicht Nein, oh mein Gott. Oh, Digga, ich bin Meister-Deathrun-Spieler. Alter, no way. Falle, 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 falle! Ja, nein! Oh mein Gott, er schafft's, er schafft's, er schafft's! Oh mein Gott. No way, no way, no way. Alter, alter, nicht möglich. Kurste Pause, kurste Pause. Ich geb mir den Schlürftrang von Alpha rein, den ich verlor. Was? Ey! Unfair! Let's go, let's go, let's go! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, Digga, nein, 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 komm schon! Ja, ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Hit, ein Hit! Ein Hit noch, ein Hit noch, ein Hit noch, du bist down, du bist down! Oh, jetzt, jetzt, offene Fläche, Digga. Ripperoni in pieces, mein Freund. Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, du bist raus, du bist raus, okay. Max, du bist auf jeden Fall, bist dato derjenige, der am weitesten gekommen ist. Ich würde sagen, Schmocki. Drei, zwei, eins und go! Oh, was? Richtig, Alter, bitte, Digga. Nervenkitzel. Ist er! Nein, er hat mich gebaitet, Alter! Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Falle, 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 falle! Oh, hast du ein Glück! Irgendwann, irgendwann, irgendwann hitt ich so einen. Irgendwann hitt ich so einen. Du kleiner, du willst dich baiten, Alter! Oho, Alter, der war sowas von einem vorgenommen. Okay, du schaffst das! Alter, wie du mich baitest, Junge! Oh mein Gott, Schmocki ist richtig weit schon. Oho! Alter! Oh Gott, er strafet, Alter! Wie ein junger Gott! Oh, komm schon! Nein! Du musst mich von dahin katastrophieren. Auf die Treppe, ja. Ja, alles klar, Digga. Ey, Max, wie hast du das gemacht? Endlich, jetzt, 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 jetzt! Und nicht, nicht die Bounce, komm, ja, Mann! Schmocki, jetzt, shoppen! Kann ich immer noch hinten? Ich bin, ich heule. Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Nach vorne! Mit Anlauf, mit Anlauf nach vorne, komm! Ja, Mann, in den Kasten! Oh! Er hat es geschafft! In den Kasten musst du reißen. Oh mein Gott, er hat es geschafft, Digga! Er hat es geschafft, Digga! Jetzt werde ich mich mal daran versuchen, Alter! Oh mein Gott, Leute! Schmocki auf jeden Fall, bis dato der Champion. Mal gucken, wie ich mich mache. Jump'n'Run, schon in Minecraft niemals meine Stärke gewesen. Das Einzige, was ich kann, ist aimen und mehr nicht. Wie hieß das früher? Castle Rush oder so? Castle Rush, Digga, genau, genau. Alter, Castle Rush in Fortnite! Hä? Ist ja perfekt! Mach ich mit Unger einfach! Max, Digga, okay! Mit Jacke, wer snipest du? Ja, ja. Aber du hast Auto-Aim, oder? Äh... Keine Ahnung. Digga, du hast Auto-Aim auf der Playstation! Du hast Auto-Aim, Alter! Hau auf! Ah, okay. Heule nicht! Ja, Digga, guck mal, Alter! Nee, Max! Nee, 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 nee! Ey, ich musste gerade auch ganz normal zielen, ja? Digga, Max! 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 Mit Auto-Aim macht das überhaupt keinen Sinn! Ich würde lieber Schmocki an die Sniper bitten. Nee, komm, ey, Bruder, das war nicht Auto-Aim. Ich hab ganz normal, ähm... Hals, Digga! Hals, Maul, Max! Hals, Maul! Okay, ich probier's auch einmal. Okay, Leute, Schmocki sei der Sniper, weil Max mit Auto-Aim leider alles trifft. Okay, drei, zwei, eins, und go! Der fängt da an Revi! Boah, Digga, ich mach einfach den hier, ich mach einfach Reuden-Move. Fertig, mir egal. Oh! Was? Was? Okay, Leute, Max und ich werden jetzt einmal zusammenlaufen. Warte, Revi, ich gebe dir hier noch ein bisschen Doping. Hat Schmocki nicht gesehen, hat Schmocki nicht gesehen. Das hab ich sowas von gesehen. Drei, zwei, eins, und go! Oh! Wuhu! Ich probier den noch so. Geronimo! Was? Oh mein Gott, ich bin runter. Nein, nein, nein. Oh! Da war die Falle, da war die Falle. Ich hab's dir ganz genau gehört. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ich warte hier oben mal auf dich, Digga, wenn ich an der Sischernstelle bin. Max ist schon so weit. Gar nicht so einfach zu treffen, wenn man so weit oben ist. Oh! Ah! Darfst du, Bruder. Okay. Auf geht's, Max, auf geht's, auf geht's! Ja! Oh! Komm, weiter geht's, Junge! Wuuu! Wuuu! Was? Oh Gott, oh Gott! Du schaffst das, Rami! Wuuu! 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 Nein! 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 Nein, Alter! Nein! Alter, ein Versuch noch! Komm, alle drei einmal noch zusammen, Alter! Das schaffen wir! Alle drei noch einmal zusammen! Oh mein Gott, Alter! Ey, ist das actiongeladen! Geil! Richtig, richtig nice! Stein, wo bist du? Komm her! Okay! Drei, zwei, eins und go! Die ist ja nur auf mich hier, ey! Ja, weil du am weitesten bist, ne? Ja! Ich warte mal auf die anderen! Ah! Mein Gott, Digga! Wuuu! Nein, Pfeiler! Oh mein Gott! Oh! Oh, sie hat sogar ausgelöst, Alter! Ich hab's ganz knapp geschafft, Junge! Oh! Digga, ich hatte noch vier Leben vor der Pfeiler, ey! Oh mein Gott! 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 Aua! 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 Der hat richtig gezügelt! Oh Gott! Nein! Mutter, warum?! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Oh! Komm schon! Ah! Oh! Hier, der Stein! Der Stein! Der Stein! Alphastein, oh. Fuck. Nein, schon wieder, nein. Nein, oh mein Gott. Okay, Leute, ich würde sagen, das war es von dieser Episode Deathrun, Leute. Richtig, richtig lecker. Schaut auf jeden Fall gerne bei Alphastein und bei iCrimax und bei Schmocki vorbei. Und wenn ihr mehr davon seht, Leute, smash den Like-Biton da oben, ihr wisst Bescheid. Oder rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wer nicht liked bis der 31er. So isch es. Bis zum nächsten Mal.